3 ich glaube hier war ich sogar richtig muss ich hier irgendwo ich weiß auch nicht so genau wohin nun hin ich laufe mal hier lang weiter ich weiß noch sehr grob wo ich hin muss da war irgend so ein ding mehr so ein ding so ein symbol das ich damals noch nicht benutzen konnte weil ich jetzt so würde wüsste wo das ist denn da hinten also war schon mal nicht nicht dadurch ventilatoren gekrochen vorher ich glaube möglich wäre es muss ich jetzt runter oder rauf ich könnte die shotgun nehmen hier war ich noch gar nicht kann das sein weil hier noch diese dinge rumliegen ist habe ich doch sonst immer ein noch ein stück noch ein stück noch ein stück noch ein stück oder eigentlich bin ich von der taste abkommt jetzt müssen wir alles noch mal machen komm schon lass mich da rein danke so was haben wir denn da so die leiter hatte ich definitiv schon leiter den steg hatte ich definitiv schon mal ausgefahren da bin ich mir sicher bin ich hier doch fallen ich weiß es nicht mal leg mich doch spiel es waren da noch so ist hier irgendwas spannendes noch ich glaube nicht ich guck mal nach was ist denn da links noch wahrscheinlich nur wieder so eine kammer was ist da noch das ist doch in zwei es war irgendwo recht früh glaube ich noch ich habe das gefühl das bringt mir jetzt nicht viel mehr ja wir laden gleich wieder also doch durch den großen verteil meine erinnerung wie ein sieb sieht alles wichtige raus so gut dann ja mal da noch was ist da hinten aber wenigstens keine gegner mehr da es wundert mich dass überhaupt keine mehr sind ich muss sagen also verhältnismäßig zu anderen wenn ich mir da einige andere levels anschaue ist echt einfach gewesen dieses level hier echt verdammt einfach moment war ich hier noch nicht hier hängen keine geschütze nichts von der decke ich weiß auch warum ich hier nicht war als hier nichts gibt es ist lohnt hier zu kommen naja ich kann geschütze kaputt schießen dafür lohnt sich doch schon mal so hat es ja fast schon so ein bisschen gelohnt hallo hallo runter warum auch immer ich jetzt wie dauernd drücken muss damit ich runter kommen aber es geht schon tatsächlich schneller so sagt mir das niemand es geht schneller sie ist gedrückt halte mich gedrückt hatte was ich gar nichts mehr warum auch immer egal drücken wir ganz schnell wie drücken wir wie 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 vorsichtig und safe wir hier mal was zur hölle ist denn das jetzt los das ist ein schalte ein völlig nutzloser doch nicht ganz ich glaube hier bin ich falsch was macht das hier nichts toller schalter ganz toll war jetzt wegen die scheiße wieder an so die ventilator nicht irgendwie an sein ich bin jetzt nicht so der experte drin aber ich glaube die sollten doch an sein naja wurscht die strömung hier ist auch nochmal sehr merkwürdig das funktioniert physikalisch glaube ich so gar nicht das ist Turok Turok braucht keine Physik wenn ich die Physik nicht kenne für die Geld jetzt gilt sie auch nicht so wo wollen wir denn lang da wollen wir lang zuck ich bin ich scheinbar nicht volle Munition hatte ah toll jetzt kann ich die Brücke ausfahren wow warum fetzt die sich überhaupt wieder ein was soll denn der Unsinn ich glaube ich spinn da ist das ah ich hab's ich hab's verdammt schnell gefunden wenn es das ist was ich denke dass es ist wieso kann man auf diesen Wegen nicht laufen bevor man sie sieht ich erkenne da keine logische Erklärung für wieso kriege ich hier so viel Health wieso verreckst du da oben nicht mal so was machst du denn ah ja natürlich und was ist das hier spring mutig in die Tiefe und stirb mal gucken wer so dumm ist wirklich da lang zu springen komm wir haben alle gewusst dass das passieren wird da ist jetzt niemand groß überrascht wir wissen alle dass ich jetzt nochmal versuchen werde und nochmal sterben werde nein ich hab zwar nicht alle aber wir wollen zwar nicht übertreiben so gut jetzt haben wir den ich speichere besser nochmal nicht dass es ein anderer Schildgenerator ist das wäre nicht das erste mal dass ich irgendwie denke ja jetzt haben wir es und dann tritt mir das spiel da voll ins gesicht so oben geht es raus ich hoffe alt alt hallo 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 ich will hier nicht weiter hoch ich will runter soll der Unsinn ich glaube es hackt wird immer noch gemacht was ich sage ja ich bin der hier der den Power Schalter drücken kann das wird bei uns hier mal verstehen ne so jetzt gehen wir einfach zurück und hoffen dass der Schildgenerator aus ist ich bezweifle es zwar fast so ein bisschen aber man darf ja noch träumen Techbogen warum auch immer hier der Techbogen rumliegt aber wer hält die Waffen doch auch nach seinem Tod wir brauchen da noch einen Techbogen oder? wer hält man die? ich weiß es gerade nicht ist er deaktiviert? sagt mir dass er deaktiviert ist oh Gott hier ist noch einer ah warte mal ah ich weiß aber in welche Richtung ich muss glaube ich ich glaube es zu wissen aber vorher brauchen wir da wenig Platz auf meine 21 Stunden naja ich denke mal wenn ich Glück habe schaffe ich es unter 22 Stunden noch nein ok den Trafikfehler habe ich nur eingebildet was sagt die Uhr ist viel zu spät aber was solls der zeigt nach da da hinten war der Eingang das heißt ich muss da lang glaube ich hoffe ich hoffe ich bitte so wo führt uns das hin 2 oh ja bitte dann ist nichts mehr ok vielleicht kann ich Druck 2 heute noch durchspielen dann kann ich die Anzahl meiner Projekte mal irgendwie verringern das ist so gerade mein Anliegen mein Ziel meine Wunschvorstellung Laufen 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 da lang oder da lang ich geh erst bald da lang weil das ist nämlich ne Sackgasse das wusste ich natürlich deswegen bin ich auch erst da lang gegangen so dann gehen wir mal hier hoch dann haben wir hier 2 Wege ich hasse es mehrere Wege heißt immer dass es in mehrere Richtungen gehen kann ich nehme natürlich den falschen wenn es 2 Möglichkeiten gibt die ich gehen kann nehme ich die falsche ich bin nämlich einfach gut das erspart mir nämlich die Zeit später zurück zu gehen und nochmal alles erkunden zu wissen hallo gibt es das mal hallo ich will was ist der Hölle ich will da hoch dann die Lüftersteuerung voll verpackt alles unspielbares Spiel wer kauft sie so einen Scheiß so ich glaube wenn ich hier und dann da lang und dann wie gesagt ne 2 Möglichkeiten lang zu gehen und hier habe ich glaube ich nochmal 2 na toll hat das hier ach hier ist Kreis ok ok lass mich mal überlegen ich habe keine Ahnung mehr sehr gut kann ich mir das überlegen glaube ich auch sparen äh wie geht es denn hier weiter was vielleicht der da auch da muss ich raus der Schalter ist schon umgelegt ich habe hier alles schon umgelegt es ist äußerst angenehm hier durchzulaufen muss ich sagen im Gegensatz zu den anderen Level sehr angenehm ich muss extra sagen für das letzte Level war das schon hätte ich doch aus dem Maul gehalten aber so insgesamt für das letzte Level ist sehr angenehm hier aha ich habe es gewonnen ich bin so gut ich glaubts gar nicht natürlich ich muss ja erst auf die Plattform kann ich direkt in den Wind springen weil es ist total unzittig dass das funktionieren könnte was ist denn diese Plattform hier lalala jetzt müsste irgendwie Gegner spawnen dich einfach killen mit einem Schuss wenn du nicht mindestens 101 Lebenspunkte oder so hast weg da ruhig hier wir sind jetzt alle mal schön ruhig dann muss ich auch nur die Hälfte von euch töten dann kann ich mir hoffentlich den Key holen und das Spiel heute noch durch spielen hm verlockend ich glaube ich habe voll ins Gesicht geschossen hm 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 hey Süße soll ich dir mal voll ins Gesicht schießen so das müsste jetzt aber gewesen sein wie komme ich hier wieder raus sehr gute Frage nächste Frage ist wirklich eine verdammt gute Frage naja ich wäre wahrscheinlich kürzer wenn ich in die andere Richtung laufen würde aber das ist mit so Mainstream in die richtige Richtung laufen Turok läuft nicht in die Richtung in die er laufen muss Turok läuft einfach nur so so da war was war da da war der richtige Weg oh scheiße ja leck mich ich habe nicht gespeichert nachdem ich die Key also denke ich mir das Ding nochmal laufen nochmal in die Richtung die zwei Minuten extra machen den Brat jetzt auch nicht mehr fett welcher Braten der Dinosaurier Brat ihr könnt nochmal Level 2 spielen nochmal Dinosaurier reiten hey Süße wirst du mal von einem Dinosaurier geritten wird so wir laufen jetzt Moment nicht im Kreis dann laufen wir da lang und dann pfui äh wo bin ich denn hergekommen überhaupt da lang bin ich glaube ich richtig ja äh natürlich ich lauf den exakt richtigen Weg hoffe ich bitte vielleicht so was ist denn da drin da müssen wir lang oh ja so dann da raus irgendwie irgendwo irgendwie so ich speichere nochmal nicht dass da jetzt gar nicht so eine riesige Armee von Gegnern drin hockt wo ist die Munition gespawnt? Flameshower? warum nicht? nein ich glaube immer noch nicht habe ich alle Waffen durchgeladen so durchgeladen jetzt naja man kann diese Waffen nicht durchladen nächste Frage wo war der Eingang? ich hoffe da hinten jup da war er das weiß ich gar nicht mehr wie war denn das ich mach mal hier ein wenig Platz für so ein paar Safe Games und dann setzen wir mal den letzten Schlüssel hier noch ein dann ich konnte ganz zum Beispiel ich kann ganz schön gehen das ist noch mal oben 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 So, Frau, ich bleibe hier auf ein Land. Ich merke, das glaubst du, oder? Ich habe nicht, äh, wie, ich kann hier nicht safen? Ach, das ist ein Bosskampf. Und ich habe nicht das geringste Wort verstanden. So, was muss ich denn jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Nein, das funktioniert offensichtlich nicht. Warte mal kurz, ich muss jetzt... Ich habe schon Sound ewig laut gedreht und höre trotzdem noch nichts. Ja, ich liebe diese mutigen Gegner, die Sachen auf mich werfen. Wieso spawnt hier... Oh, Munition. Wie wäre es, wenn du mal rauskommst? Wenn ich dich töten kann? Ich denke, das ist angemessen jetzt. Ich kann mich auch hin, ohne diesen Noob-Weapon-Part zu haben. Was würde das reichen, um die Gegner zu töten? Ich weiß nicht. Es reicht auf jeden Fall, um sie zu vernichten, aber ich glaube, ich habe mich damit selbst gerade fast gekillt. Oder waren das die Gegner? Ich weiß nicht. Kommst du jetzt raus? Bin ich sicher, ob ich ihn so töten kann. Soll ich vielleicht irgendwas anderes nehmen? Vielleicht Flammenwerfer. Vielleicht irgendwas, mit dem ich ihn auch treffe? Das halte ich für absurd. So viel Schaden habe ich eben gemacht. Irgendwas läuft hier falsch. Äh, Moment. Ernsthaft? Das kann doch nicht der Int-Gegner sein, komm. Irgendwas vergesse ich da jetzt gerade, oder? Ich wollte gerade schon sagen, das kann nicht nur Int-Gegner gewesen sein.